Schaff mir nicht! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir sind so, wir sind gut da auf, schärfer denn je, gut jelaunt, weil wir kommen gerade von Tour und ziemlich müde, muss man ehrlich sagen. Und das ist jetzt die Frage, bist du so gut drauf, weil du quasi übermüdet bist, das ist ja auch ein bewährtes Mittel, also es ist ja quasi eine Therapie vorm Schlafentzug, weil man dann glücklich wird oder bist du wirklich kurz vor Wahnsinn? Ne, mal ganz wirklich, die funktioniert bei mir nicht. Wenn man Schlafentzug geht, bei mir nicht irgendwann in gute Laune, sondern in nah an psychisch vollkommen durchdrehen. Ja, okay. Also hast du wirklich gut geschlafen heute? Ich hab gut geschlafen, ja gut, ich muss sagen, es geht so, weil gerade zwei Personen mit im Bett schlafen und ich anscheinend von Tour so erschöpft war, dass ich schnarche. Ich glaube, das ist ein Gerücht, weil ich hör mich ja selber nicht schnarchen. Aber dann krieg ich immer irgendwelche Füße und Hände ins Gesicht und soll mich umdrehen und dann bin ich immer sauer und geh in ein kleines Bett mit vielen Kuscheltieren. Und dann hab ich da geschlafen. Das Problem dabei war aber, dass da ein Kuscheltier ist, was immer so macht und dann hab ich mich immer so umgedreht und jemand macht es dann immer an meinem Ohr und ich hab das Kackvieh nicht gefunden in allen Kuscheltieren. Naja gut, aber ich hab gut geschlafen. So viel dazu. Es gibt einen Trick, wie man sich quasi nicht auf den Rücken legt, weil man dann ja wirklich häufig schnarcht, wenn man auf dem Rücken liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Schlafposition ist, damit kenne ich mich nicht aus, aber ich habe mal diesen Trick jemanden ausprobieren lassen, der auch neben mir geschnarcht hat. Und zwar... Oh, wer hat denn neben dir geschnarcht? Hallo. Jetzt wird es ja aber richtig scharf heute. Leute! Das Ding ist, wenn man auf dem Rücken liegt, so schnarcht man ja wirklich. Wenn man aber auf der Seite liegt... Ja, kann man nicht schnarchen. Wohl schlechter. Und der Trick ist, dass man auf den Rücken einen Golfball oder einen Tennisball macht, weil man dann quasi wie Prinzessin auf der Erbse nicht auf dem Rücken geht. Ja, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur denken, oh, da ist die Verspannung. Oh ja, geil. Du machst dann so eine Triggerpump-Massage. Ja, genau, so sieht es aus. Okay, nee, dann hilft das nicht. Ich würde aber lieber darauf zu sprechen kommen, wenn ich neben dir geschnarcht habe. Aber na gut, so viel zu dem Thema. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind so. Von... Jana Krämer. Und mir, Bartomee. Hier sprechen wir über alles, was uns bewegt. Ganz besonders über die psychische Gesundheit. Und mit wem kann man das besser als mit dem Westen freuen. Und wir laden euch ein, dabei zu sein. Hier in unserem kleinen Safe Space. Denn hier können wir sein, wie wir sind. Gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Ja, wir wollten heute eigentlich keine Schlaffolge machen, sondern wollten... Wobei Schlaf das Allerwichtigste ist für alles, ne? Weil viele Menschen sagen, ey Jana, ich mach alles super, aber ich nehme überhaupt nicht mehr ab. Und dann ist halt auch oft eine Frage, ich dann stelle, schläfst du denn gut und ausreichend? Und, äh, ja, ne, also, Schlafen ist bei mir so ein Kernproblem, aber so, als ob das kein Einfluss hätte. Und das ist halt, Schlaf wirkt sich auf so viele Bereiche unseres Lebens aus. Das stimmt. Deswegen, also, wir sollten mal eine Folge dazu machen. Ich sollte sogar mal in ein Schlaflabor gehen. Ich auch, durch das Schnarchen halt. Ich wegen Schla... Wir können zusammen in ein Schlaflabor gehen, eine Folge im Schlaflabor machen. Nein, möchte ich nicht. Obwohl doch, das wäre witzig. Aber dann würden wir nicht schlafen. Das macht wahrscheinlich niemand. Aber das macht keinen Sinn. Ja, könntest du einfach, wir können einfach eine Kamera, zwei Kameras aufstellen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wer lauter schnarcht, ich. Definitiv ich. Nee, meine... Boah, wir müssten es mit meiner Mama machen. Meine Mama schnarcht. So krass. Aber das Gute... Kannst du das mal aufnehmen, dann würde ich das jetzt gerne mal einspielen. Nein, nein, nein. Heidi... Nee, das kann ich so machen. Sie ist so süß. Also das ist wirklich so ein kleines Schweinchen. Ich habe das von ihr geerbt, ich mache das auch. Ich schnarche auch so. Heidi ist alles, aber kein Schweinchen. Heidi ist die liebste Mama. Sie schnarcht wie ein kleines Schweinchen. Natürlich ist sie die beste. Alle Mamas sind immer die besten. Aber das mit dem Schlaflabor, wenn wir die daneben hätten, das wäre krass. Aber das Gute ist, wenn man so schnarcht, hat man im Krankenhaus eine Gute. Gute Chance auf ein Einzelzimmer. Hatte ich bei meiner letzten OP auch. Ja, dann weißt du, dass deine Mitschläfer recht haben, dass du schnarchst. Weiß ich nicht. Nee, es kam einfach niemand. Das war sehr viel Glück auf jeden Fall. Ich hatte einfach ein Einzelzimmer für ein Wochenende, weil niemand aufgenommen wurde. Da warst du auch sehr entspannt, weil du echt verdammt gut geschlafen hast. Du warst wirklich entspannt. Hm, herrlich. Das war krass. Herrlich, herrlich, herrlich. Na gut, ist vorbei. Ich könnte nicht weiter weg sein davon. Also warst du einsam auf dem Zimmer oder warst du allein, ist die Frage. Nee, ich war alleine. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich glaube, da ist es einfach wichtig. Und da können wir jetzt mal den großen Bogen, die Brücke spannen zum eigentlichen Thema zu unserer Reihe Einsamkeit. Und dass es, glaube ich, wichtig ist, da eben ein Netz zu haben, was dann auffängt. Und dieses Netz kann sich dann aber auch manchmal, gerade wenn es um Schule geht oder so, ja auch mal ändern. Und wir wollten heute ein bisschen darüber sprechen, weil wir gerade auch wieder auf Schullesereise sind und ja viel mit jungen Menschen reden, dass es auch oft und meistens am verletzendsten ist und man sich am einsamsten fühlt, wenn dann in der Schule irgendwie man auf einmal dann zum Gespräch wird, zum in diesem Fall auserkorenen Opfer, was irgendwie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat oder sonst was. Alle machen mit, ne? Weil irgendein Missgeschick passiert ist und dann selbst die Freunde mitmachen bei diesem Witz, die es dann vielleicht auch gar nicht so böse meinen, wie man es selber empfindet. Ja, aber ich glaube, das ist die schmerzhafteste Erfahrung quasi sozusagen, wenn man von seinen Liebsten oder von seinen vermeintlichen Freunden oder generell einfach auch irgendwie da so zum Gesprächsthema, zur Lachnummer, das ist das richtig gute Wort. Ich wollte jetzt nicht Mobbing sagen, das gibt es natürlich auch, aber das hat natürlich noch andere Verläufe und Schwere. Genau, Mobbing ist halt eine kontinuierliche Sache und so eine Lachnummer, die kann man mal für einen Moment sein. Ja, wie zum Beispiel eine Lehrerin uns erzählt hatte, dass in der Schule wirklich aus so einem blöden Spaß heraus, weil einer hat sich irgendwas ausgedacht, hat das gesagt und dann haben nachher, ich glaube, irgendwie zehn Leute in der Klassenkonferenz, weil das so in Mobbing ausgeartet ist und so aus einer Nichtigkeit, einem Nichts heraus. Es war, glaube ich, wirklich so, dass sie zu einem Mädchen gesagt hat, du bist schwanger. Genau, sie hat sich übergeben, nee, sie hat sich einmal übergeben, weil ihr übel war, was Falsches gegessen oder was auch immer. Was jedem passiert. Und da ist es dann als ha 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 witzig, morgen Übelkeit und daraus hat sich eine Riesensache entwickelt und wie du sagtest, es ist dann in Klassenkonferenzen geendet und sie, ich glaube sogar, wollte dann die Klasse wechseln, weil sie, ja, nicht mehr... Ja, und da muss man einfach wirklich aufpassen, wie schnell aus vermeintlichem Spaß ernst wird und wie da dann halt auch das Gefühl von Einsamkeit und alleine gelassen werden, halt sich irgendwie festigt. Also ich kenne das aus meiner Schulzeit tatsächlich auch, dass ich eine Klassenkonferenz hatte und damals hat mein Vater dann an die Tafel geschrieben, Big Daddy is watching you, weil da war damals noch Big Brother und so, so ein Ding, so, ne, und das fanden alle natürlich richtig lustig, ne, und dann war ich auch echt für zwei Wochen so das Gesprächsthema, ne, oder das gefundene Opfer dann für diese Zeit, so, und da haben wirklich auch alle mitgemacht, auch all meine Freunde, weil das eher so ein bisschen spaßig war, vermeintlich, aber für mich überhaupt nicht und ich fand, war wirklich echt traurig und bin auch einmal quasi weinend nach Hause gelaufen, weil ich das auch irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, ne. Vor allem die, denen du vertraut hast, die deine Kumpels waren, dass die mitgemacht haben, das tut besonders weh. Ja, ich glaube, das war, ja, und ich glaube noch nicht mal, dass es so gegen mich war, sondern eher vielleicht auch irgendwie, weil sie eben meinen Vater auch kennen und der auch immer der Coole war, der Mucker auch noch und all sowas, ne, dann fand das irgendwie lustig und dann irgendwie so mitzunehmen, wie Kinder dann so sind, man macht sich ja keine Gedanken darüber, aber man macht sich, glaube ich, häufig auch als Erwachsener zu wenig Gedanken darüber, was Worte wirklich bewirken können. Worte sind auch eine Waffe und die können meiner Meinung nach auch oft verletzender sein, als vielleicht irgendwie eine körperliche Aktivität mit Schubsen oder sowas, ne. Worte brennen sich halt so ein, ne, das ist halt das Ding. Manchmal schreiben mir welche aus meiner Community auf irgendwie eine Sache, die ich so erzähle, eine Aussage, die vor zig Jahren zu ihnen gesagt oder ihnen geschrieben wurde und dass das so, so, so noch weh tut. Und da habe ich mich in diese, dass das Worte und Kommentare halt wirklich so verletzen können, habe ich mich mit einem Freund von uns beiden unterhalten, als wir bei Pur jetzt waren am Wochenende und da standen wir im Catering und hatten so ein bisschen Zeit mal zu quatschen und dann hat er auch gesagt, hey, das ist doch so krass, was so bei dir im Internet passiert und er ist jetzt halt auch, dass er sehr in der Öffentlichkeit steht und er sagt, ja, manche Worte und das, das, man merkt sich dann schon die negativen Kommentare, ne. Und da können so... Leider so menschlich, ne. Ja, können so viel Gute sein und so, ne, trotzdem ist dann so eine negative Sache, die dann so, so sticht und da habe ich dann so, das, was ich halt immer sage, weil es auch meine Überzeugung ist, aber jeder Kommentar sagt in erster Linie etwas über die Person aus, die ihn abgibt und dann hat er gefragt, aber tut es dir trotzdem weh? Und da habe ich dann drüber nachgedacht, obwohl ich weiß, dass es, also ist natürlich gegen mich gerichtet, aber ich nehme es nicht persönlich, ich kenne die Person nicht, juckt mich ja nicht, ne, aber juckt mich eben doch, weil es mich doch trifft. Und dann hat er gesagt, dass er sich mit seinem Papa darüber unterhalten hat, also er hat so Fachbegriffe gesagt, ne, und erstens fand ich den Gedanken total schön, dass die beiden so da sitzen und so Vater-Sohn-Gespräche führen, das hat mich wirklich gerührt und vor allem, dass er dieses Gespräch so mitnimmt und so auch weiterträgt, also das habe ich mich so ganz wertvoll als Teil von dem Ganzen gefühlt. Ja, man kriegt das ja so auch dann gar nicht mehr so mit, ne, wir kriegen natürlich auch häufig dann eher die, ja, etwas schwierigeren Beziehungen mit, halt natürlich auch durch unsere Arbeit und durch das, was wir erleben dürfen natürlich auch und das, was wir geschrieben bekommen, auch dann natürlich im Netz und via Mail. Und da ist es ja natürlich dann häufig so, dass leider Gottes auch oft die Eltern-Kinder-Beziehung nicht so prickelnd ist. Und dann mal so das zu hören und zu sehen und zu sagen, so, hey, da ist ein junger Mensch, der jetzt auch nicht mehr ganz so jung ist, ne, der ist auch in seinen 20ern und der hat, nimmt das noch so wertschätzend an, diese Erfahrung und diesen Rat, ja, vom eigenen Papa, wo man sich ja auch eigentlich immer abgrenzen möchte und irgendwie sagen möchte, ja, ich kann das eigentlich besser, was willst du mir eigentlich sagen und so, ne. Dass genau nach der Abgrenzung auch wieder die Annäherung kommt. Ja, das kann gut sein. Und das war halt so, es ist nicht, dass ich das nicht schon mal wusste, weil ich es in einigen, ja, Seminaren schon mal gehört habe, aber es so aus seinem Mund und dann auch noch so von jemandem, den ich auch als Vaterfigur wahrnehme, nochmal so über eine Ecke zu hören. Es ist halt in uns verankert und das ist ganz natürlich und es ist sehr gesund, dass uns diese Aussagen nicht egal sind, denn es ist aus der Zeit, als es darum ging, Gefahren zu erkennen und wahrzunehmen. Wenn der Säbelzahntiger kommt und du ihn als, ach ja, ist egal, dann bist du halt Matsche und wenn du von der Gemeinschaft ausgeschlossen wirst, stehst du am Ende des Tages alleine da und wir brauchen die Gemeinschaft. Und deswegen ist es völlig richtig, dass einem diese Dinge, man muss sie wahrnehmen, man muss sie dann auch wieder ziehen lassen und sich sagen, komm, ne? Aber es wäre ziemlich fatal, wenn man es, so sagen, gar nicht empfinden, gar nicht wahrnehmen, gar nicht erkennen würde, weil das ist ein ureigener Instinkt des Menschen. Es ist ein Unterschied zwischen wahrnehmen und empfinden, weil das ist ja auch so eine große Sache. Ich habe gerade ins Mikro leise gröpst, das musst du rausschneiden. Ne, das lasse ich drin. Nein, dann bin ich die Lachnummer. Obwohl, lass ruhig drin. Das ist doch nicht die Lachnummer. Ich kann mich auch richtig gröpsen, aber mach ich nicht. Das hat bestimmt keiner gehört und wenn ich es dann doch, wenn unser Team das drin lässt, dann freue ich mich darüber. Oh nein, aber du guckst hinterher, du kontrollierst das, lass es rausschneiden. Ne, aber was ich sagen wollte, ich hatte da auch einen schönen Quote mal gehört, so nach dem Motto, ey, wenn du ein Problem mit mir hast, das ist ja dann oft das Ding, dass die dann irgendwie Quatsch erzählen, wenn du meine Telefonnummer nicht hast, dann ist das Problem nicht, dann kannst du gar kein Problem mit mir haben, weil du mich nicht kennst. Ja, schlau. Und wenn du meine Telefonnummer hast und ein Problem mit mir, dann ruf mich an. Guter, guter Gedanke. Und das ist irgendwie, damit kann man ganz klar sagen, das ist die persönliche Ebene. Voll. Und wenn wir uns wirklich kennen, dann bitte ich dich sogar darum, ruf mich an, lass es uns klären, bitte, bitte. Aber wenn du meine Telefonnummer nicht hast, dann kennst du mich nicht gut genug, um ein Problem mit mir zu haben. Schlau. Und das ist wirklich ein cooler Quote. Ja, voll. Von irgendeinem Schauspieler, ich vergesse einen, McConaughey oder so. Ist mir egal. Matthew McConaughey, so heißt er. Ja, auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr gut, weil man sich ja so oft auch irgendwie ausgeschlossen fühlt und so oft missverstanden fühlt. Dabei drehen sich ganz viele Leben auch wirklich nur um eben dieses ganz persönliche Leben. Und da stand auch letztens irgendwo, ich glaube, 80 Prozent der Sorgen, die wir uns machen, existieren gar nicht. Sondern finden nur in unserem Kopf statt, wo man eine hypothetische Vermutung auf eine Vermutung halt baut. Und da kann ich dir sagen, von wem das ist, bau keine Hypothesen auf Hypothesen von einem gemeinsamen Freund von uns. Fitzek. Der Fitzek. Der hat das auch mal zu mir gesagt. Ja, aber das ist doch gut. Erna, bau keine Hypothese auf eine Hypothese. Das ist ein ziemlich wackeliges Konstrukt. Ja. Punkt. Ja, aber das hat mich dann wirklich total berührt, als er so über sein Dad, er sagt immer Dad. Das finde ich immer schön, als er darüber gesprochen hat. Und das war irgendwie so krass, auch seine Entwicklung zu sehen. Ich kenne ihn ja noch, als er ganz, ganz klein war. Er hat mal, als ich noch Musikmanagerin war, in einem der Musikvideos, als wir eine junge Band und die alte Band gegenübergestellt haben, in einem Video haben wir das zusammengeschnitten und das, da, seit dem Tag kenne ich ihn und ihn jetzt so erwachsen so zu erleben, das ist schon irgendwie krass. Ja, werden alle, werden alle älter, ne? Ja, ja. Ja, aber genau das ist ja auch eben das Ding, ne? Nach so einem, man kann sich auch immer wieder zusammenfinden, auch wenn die Freunde dann vielleicht, vielleicht mal scheiße verhalten, aus dem eigenen Winkel, das auch einfach wirklich tun, ähm, es ansprechen. Man hat die Telefonnummer, sag es. Über die, über die Gefühle sprechen, ne? Das ist halt so wichtig. Und wenn man noch gar nicht irgendwie den Anschluss irgendwie hat, weil man umgezogen ist oder weil man, weil sich das so im Leben noch gar nicht so ergeben hat, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, um einfach mal neue Freundschaften zu knüpfen. Da habe ich aber eine ganz, ganz schöne Sache, die wollte ich dir noch erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, ob sie dir auch geschrieben hat, aber, ähm, sie hat mir bei, ähm... Übrigens in der letzten Folge hat Jana ja gesagt, ihr solltet mir alle schreiben. Ja. Hat niemand gemacht. Oh. Obwohl, ich habe ein, zwei Nachrichten bekommen, wie schön sie den Podcast finden, aber ich glaube, das kommt eher, das kommt aber eher daher, dass ich gerade mit Poo unterwegs bin und dass man den dann auch vielleicht neu entdeckt und dann hört. Ähm, aber, ja. Mein Postfach ist nach wie vor offen. Slide it mine, seine DMs, Leute. Slide it mine, seine DMs. Oder so. Wenn nicht, lasst es bleiben, dann kann ich noch einen Kaffee mehr trinken. Aber das fand ich halt total schön. Und zwar hat sie unseren Podcast gehört über das Thema Einsamkeit, weil, ähm, sie damit schon seit der Zeit, die wir alle miterlebt haben und die wir alle am liebsten, äh, nicht erlebt hätten, uns folgt und da im Internet ein bisschen aktiver geworden ist. Und, ähm, vorher war sie total integriert, hatte viele Freunde, war so sehr auch oft unterwegs und alles, aber in dieser Zeit, in der wir alle vom Leben so ein bisschen ausgeschlossen wurden, hat sie Ängste entwickelt, die es ihr danach unglaublich schwer gemacht haben, an den Punkt zurückzukommen, wie sie vorher gelebt hat. Vorher viele Freunde in verschiedenen Freundeskreisen, irgendjemand hat immer was gemacht, irgendwo war immer eine Party und immer mittendrin stand nur dabei. Und nach dieser Zeit war all das weg und all das hat nur noch Angst in ihr ausgelöst und Panik und sie hat nicht den Weg zurückgefunden. Und deswegen war sie dann sehr interessiert an, an der Folge und dann hat sie sich ja so jetzt 20 Sekunden Mut. Ja, darüber hast du erzählt, ne? Genau. Und dann ist sie ins Schwimmbad gegangen mit dem ganz, ganz, ganz festen Vorhaben, dort jemanden kennenzulernen, um. Direkt im Schwimmbad. Im Schwimmbad. Fand ich auch. Krass, aber es war heiß. Im wahrsten Sinne, die Hosen runtergelassen. Fand ich auf jeden Fall, fand ich krass, so allein ins Schwimmbad gehen, ne? Sie sagt, war, war das Ziel. Naja, sie ist hingegangen und sie sagt, ich bin geschwommen und bin geschwommen und war auch mal am Pommes essen und war mal auf einer Liegewiese. Aber ich habe nicht den Dreh gekriegt, jemanden anzusprechen. Ja. Dann hat sie drüber nachgedacht, was wir auch gesagt haben. Dass man, wenn man halt eine Blume hat, die eingeht, immer erstmal checkt, richtiger Standort, sind die Verhältnisse gut. Und dann hat sie überlegt, vielleicht war das einfach gar nicht so der richtige Ort, um direkt so loszulegen. Vielleicht muss ich den Standort wechseln, um erstmal ein bisschen zu üben, das Ganze wieder. Und das fand ich total gut, dass sie da direkt, ne? Und dann hat sie drüber nachgedacht, was ihre Mutter zu ihr gesagt hat. Also, bei meiner Friseurin, da muss ich nächstes Mal Oropax mitnehmen, die klappert mir immer einen Knopf an die Backe. Und dann dachte sie sich, okay, krass. Ich gehe. Aber smarter Move. Friseur ist eigentlich ein richtig guter Move. Richtig gut, ne? Und dann hat sie sich einen Termin, genau, bei dem Friseur gemacht und hat sich aktiv der Konfrontation ausgesetzt, dass da eine Person ist, die richtig Bock hat, sich zu unterhalten. Oder ist ihr Job, ist sie richtig mit ihr zu unterhalten. Oder das. Auf jeden Fall sagt sie, ich bin ganz bewusst richtig ins kalte Wasser gesprungen. Und dann hat sie... Man kann eigentlich nirgends so besser Smalltalk üben als beim Friseur. Voll! Das ist nur ein bisschen komisch, wenn du jede Woche zum Friseur oder Friseurin gehst. Sie hat dann, also sie hat mir irgendwas, irgendeinen ganz bestimmten Schnitt von, habe ich noch nie von gehört, aber auf jeden Fall war sie voll happy. Naja, auf jeden Fall ist sie danach wieder ins Schwimmbad gegangen. Also sie hat gesagt, das hat super geholfen, ne? Sie war ein bisschen überfordert am Anfang, aber hat sich da sehr gut wieder reingefühlt und hat dann auch selber quasi so Rückfragen zu all das, was wir halt auch so gesagt haben. Und sagt, sie hat es richtig ausprobiert. Und ja, dann ist sie zwei Tage später wieder ins Schwimmbad gegangen und sie sagt, tatsächlich war jemand aus ihrer früheren Klasse da, war mit Freunden da und hat sie dann dazu geholt. Und sie hat gesagt, anfänglich war es komisch, aber jetzt hat sie eine Einladung zum Grillen. Ja, das ist schon schön. Voll gut, ja. Das ist sehr, sehr schön. Und das finde ich, das ist so, selbst wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nicht aufgeben, sondern einfach nur schauen, vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube. Das Vorgehen muss ja gar nicht falsch sein, sondern vielleicht muss man einfach nur einen anderen Weg gehen. Nicht mit sich selbst sein, das ist ja immer das Ding, was uns so schwer gemacht wird, auch in der heutigen Zeit, Geduld zu haben, Dinge auszuhalten, auch mal einfach zu akzeptieren, dass es vielleicht beim ersten Versuch nicht funktioniert, dass man Dinge auch üben muss. Das merke ich selbst bei den kleinen Menschen, die in meinem Leben so um mich herum tanzen, ja, aus verschiedensten Familien, dass es immer seltener ist, dass die geduldig mit sich sind. Dass wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, sofort, ah ne, mein was anderes, ah ne, ne, da will ich das nicht. Ne, und so, anstatt zu sagen, hey, also, kein Meister ist vom Himmel gefallen, wie es so schön heißt. Doch, also, viele Menschen sagen mir ja nach, dass ich eine sehr kindliche Art habe, was ich immer als sehr, sehr schönes Kompliment empfinde, aber ich bin auch sehr, sehr kindisch, was das angeht. Wenn was nicht funktioniert, dann ist es halt einfach kaputt. Nein, aber, also, glaubst du, dass das jetzt nur so ist? Ich glaube, das ist immer, ist das nicht immer bei Kindern so? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Kinder habt, sind eure Kinder so, dass sie geduldig sind, wenn etwas nicht funktioniert? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, ab einem gewissen Alter, denke ich aber schon, dass man doch mal was lernen will, dass man das probiert, aus einem kindlichen, nicht wie ein Erwachsener, ich muss mich jetzt dazu zwingen, das muss jetzt funktionieren, sondern so, ich will den Ball jetzt ins Tor schießen, dann schieße ich das 200 Mal, weil ich will es halt lernen. So, und das habe ich halt manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen abnimmt, so, und dass man sich dann lieber irgendwas anderem wieder widmet oder so. Man kann ja auch viele Dinge ausprobieren, weil es auch keine ultra-megamäßige Kritik, was ich aber noch dabei habe, einfach sind auf jeden Fall noch zwei Sachen, die man ausprobieren kann, dann jetzt ähnlich wie in den Schwimmbad gehen oder zum Friseur, Friseurin, sind ja auch einfach schon, gibt es ja Möglichkeit, in Gruppen schon reinzukommen, dass man nicht so direkt diese 1 zu 1 über den Friseur, Friseurin Konfrontation hat, sondern dass man ja auch natürlich sich irgendwie in Gruppen zusammenfinden kann, und das einerseits natürlich im echten Leben, wie, keine Ahnung, natürlich in Sportvereinen, aber dann auch sowas wie Buchclubs oder wenn man sich ehrenamtlich irgendwie vielleicht, wie du es früher als Kind gemacht hast, Gassi-G-Club. Ehrenamt-Gassi-G-Club. Ehrenamt-Gassi-G-Club, ich glaube, er wird auch gebraucht. Und genau, da einfach mal so in so eine Gruppe reinzukommen, wo vielleicht auch andere Leute neu sind und wo dann nicht der Fokus direkt vielleicht auf einem liegt oder gerade in größeren Städten ist es ja auch so, dass es so Sportmeetings gibt oder irgendwelche, keine Ahnung, wir treffen uns im Park alle irgendwie so um 18 Uhr und machen zusammen Yoga. Da kennen sich auch natürlich irgendwann die Leute, weil man immer regelmäßig hingeht, aber es kommen immer wieder welche dazu, manche gehen weg oder so offene Sportkurse im Dings. Ich bin jetzt sehr sportaffin, deswegen habe ich das ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, das ist mir alles zu sportlich. Du kannst auch spazieren gehen oder was weiß ich was. Da gibt es ja oder keine Ahnung, in irgendeinem Park Schach spielen mit irgendwem oder Gesprächsrunden. Und worauf ich aber auch dann kommen möchte, ist, dass das eben auch im Internet geht. Und dass man da auch die Augen aufhalten kann, um vielleicht auch erstmal den ersten Schritt zu machen, um mit jemandem zu chatten. Da ist ja noch eine ganz andere Barriere. Da ist die Optik, wenn man da ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen kritisch sich gegenüber ist, was mit Sicherheit nicht angebracht ist, aber kennen wir ja alle, dass man vielleicht mal sagt, das gefällt mir nicht an mir oder das oder jenes. Dass man da, dass das dann hemmen kann. Und wenn man dann sagt, guck mal, im Internet geht das irgendwie durch vielleicht sogar auch irgendwelche Foren, irgendwelche vielleicht auch Games oder was weiß ich was, kann man ja dann da vielleicht auch Kontakte knüpfen. Klar, voll. Wo du das gerade sagst mit dem, dass einem ja manchmal auch so die Optik, die einem selbst nicht gefällt, weil man irgendwas an sich auszusetzen hat, da so einen Streich spielt. Ich war mit jemandem in Kontakt und wir haben uns auch schon mal getroffen und haben sofort so eine Verbindung gehabt. Wir haben sofort gemerkt, ey, das passt wie Arsch auf einmal mit uns. Okay. Und dann habe ich die Person ein paar Tage später gesehen und sie hat mich erkannt und ist trotzdem, zack, so als ob was ganz Wichtiges gewesen wäre. Weg. Da hatte ich mir so, krass. Und dann hatte ich so in meinem Kopf erst so dieses, ist irgendwie was schiefgelaufen? Also zumindest mal grüßen. Also man kann doch wenigstens so hi oder so dieses. Oder sich 20 Sekunden nehmen. Ja, und selbst wenn man die nicht hat, ist auch okay. Aber im Vorbeigehen zumindest irgendwie, sorry, hab's all, ich melde mich. Irgendwie so dieses. Und dann dachte ich mir, okay, und da bin ich ja dann, das will ich ja dann wissen. Und sie ist dann zurück in ihr Büro gegangen. Dann bin ich hinterher, hab an die Tür geklopft und hab gesagt, ist alles in Ordnung? Und dann hat sie gesagt, ja, ich versuche mich vor dir zu verstecken. Sag ich, was, warum denn? Sag sie, ja, guck mal, wie ich aussehe. Sag ich, ja, wie siehst du denn aus? Sag sie, ja, guck mal hier, meine Haut, ich bin total allergisch. Und da hatte sie ein Problem mit der Haut und ist an mir vorbeigeschossen, in der Hoffnung, dass ich, also dass wir uns nicht quasi begegnen. Unter diesen Umständen begegnen, ne? Und dann hab ich ihr gesagt, ja, ich hatte auch schon, das sah bei mir genauso aus, und hab gesagt, das und das hat mir total gut geholfen. Und sag sie, ja, krass. Und dann hab ich gesagt, hast du gleich Pause, oder soll ich das eben aus der Apotheke holen? Sag sie, also ich muss jetzt hier noch, hab noch ein Meeting, sag ich, ja, kein Ding, hol ich dir eben, ne? Und dann bin ich rüber in die Apotheke, hab ihr das geholt. Und sie ist am Wochenende auf ein Festival gefahren, hat mir ein Foto vom Festival geschickt, Nahaufnahme und einfach nur alles wieder gut. Ja, das ist ja schön. Voll gut. Aber manchmal missinterpretiert man das dann halt auch, ne? Man muss eigentlich, wenn man sich doch so, okay, das war jetzt das erste Treffen, aber wenn man sich doch eigentlich sympathisch findet und wenn der Match wirklich so ist, ne? Ja, so hab ich's, also weiß ja nicht, ob ihr Match mit mir auch so ist, aber mein Match mit ihr war so. Okay. Obwohl, ich glaub auch, ich glaub, das wurde auf Gegenseitigkeit. Ja, dafür würde ich deine, dein Empathie-Level auch so einschätzen. Nee, aber, ähm, ja, das hat mich halt voll gefreut, dass es ihnen auch so geholfen hat und es hat mich auch total gefreut, weil ich mir sonst Gedanken gemacht hätte, weil sie hat meine Telefonnummer, sie wäre auf dem Level, ein Problem mit mir haben zu können. Ah, okay, ja, ja, gut, aber, aber ich finde, ich finde schon, dass, dass, vielleicht genau an diesem Beispiel wir uns alle das auch nochmal hinter die Ohren schreiben können, dass wir nicht so hart mit uns selbst sein sollen und auch vielleicht nicht zu viel in anderes Verhalten hineininterpretieren sollten, ne? Ja, voll. Weil du hättest ja auch einfach weitergehen können, hättest dir den ganzen Tag Gedanken gemacht, was, hey, was sollte das denn, hä, hab ich dir irgendwas getan, hat irgendwer irgendeine Scheiße erzählt oder sonst was, ne? Ich finde, Kommunikation ist das A und O. Genau, und man kann ja auch, und anstatt einfach zu sagen so, hey, alles gut, warum bist denn du jetzt weggelaufen und das hat sich sofort aufgelöst, ihr habt noch eine engere Verbindung jetzt, weil du konntest dir helfen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück, weißt du, dich freut das, das ist für dich so eine aktive Erinnerung und Geschichte jetzt auch in deinem Leben und wir leben am Ende ja auch von Geschichten, von Erlebnissen und Zweisamkeit sozusagen oder Zusammengehörigkeit, ne, als Menschen, weil wir Rudeltiere sind und diese Situation müssen wir auch aktiv kreieren, ne, dass wir gemeinsam Erlebnisse schaffen und das ist für euch beide wahrscheinlich ein sehr intensives dann in diesem Fall auch, weil sie es wahrscheinlich auch nicht gewohnt ist, dass jemand dann hinterherkommt und sagt, hey, hallo, Judy bei dir. Hat sie auch direkt danach geschrieben und sagt, krass, dass du mich schon so gut kennst, dass du sofort gemerkt hast, dass das was nicht gestimmt hat und das, ja, einfach total schön. Ja, beziehungsweise, ja, die Verbindung ja irgendwie komisch ist, ne, wenn ihr vor ein paar Tagen noch super eng euch gut verstanden habt, ja, und dann man aneinander vorbeischleicht sozusagen oder vorbeiflüchtet ja fast schon. Ja, sich versteckt so. Da muss man sich ja noch nicht mal kennen, da würde jeder wahrscheinlich sagen, also, äh, what? Und da ist halt aber, der Unterschied ist halt, dir ist es wichtig, es zu verstehen und dir ist diese Verbindung mit dem Menschen wichtig. Ja. So, und viele andere wären ja vielleicht auch einer, vielleicht sogar Konfrontation, ja gar nicht, äh, hätten die gar nicht in Kauf genommen, ne, hätte ja auch sein können, der hat das über dich erzählt, blablabla. Ja, klar, aber. Ne, hätte ja auch sein können, viele Menschen gehen dann, glaube ich, einfach weg und denken sich, ja gut, dann ist die halt doof, dann rede ich nicht mehr mit der. So, ja, ne, also passiert ja super häufig und so, so verliebt man, glaube ich, sehr viele Chancen und sehr viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass man irgendwie Dinge auf sich projiziert, Verhalten von anderen auf sich projiziert, aber die, und das ist mir in der letzten Woche auch nochmal so klar geworden, ey, alle leben einfach ihr eigenes Leben und die haben echt alle gar keine Kapazität über ein anderes Leben nachzudenken. Es würde uns viel besser gehen, auch gesellschaftlich, hätten wir die Kapazität und würden das mehr Leute machen, einfach zu schauen und zu überlegen, hey, geht's dem Gegenüber eigentlich auch gut oder hat der vielleicht einen super stressigen Tag heute einfach, ne, wenn der doof zu mir ist, ja, ey, ne, keine Ahnung. Jetzt bei der Schullesung war auch so, ne, da war ein super lieber Hausmeister, der hat uns so Geländer weggebaut und alles, was damit die Kids besser gucken können. Dann kam der Oberhausmeister sozusagen und meinte so, ey, das geht nicht, Versicherungsschutz, blablabla. Da war ich auch im ersten Moment so, ey, Mann, Digga, Alter, die Kinder wollen ein schönes Erlebnis, da habe ich mich mit dem ein bisschen so unterhalten, ein bisschen hin und her gefeuert. Im Endeffekt war der auch nur unfassbar gestresst und genervt, weil er immer neue Regeln bekommt, weil wahrscheinlich immer irgendwer irgendwo was zu meckern hat. Am Ende suchen alle den Schuldigen. Genau, und am Ende hat er dann die Verantwortung, weil er quasi der Hausmeister für diese Schule ist und wenn er dann das nicht ordnungsgemäß abgenommen hat, was er ja vorher getan hat, dann ist er nachher schuld und so weiter und so fort. Der hat wahrscheinlich seine Erlebnisse gemacht und wenn man sich dann mit den Menschen spricht und sich selber ein bisschen runterreguliert und nicht so auf sein Recht bestehen will oder auf seine Idee, sondern einfach sagt, hey, ich höre jetzt dem anderen Menschen mal wirklich zu. Ah, ich merke, okay. Ich verstehe, was dahinter steckt. Genau, ich verstehe, warum er das nicht machen möchte. Weil dann wurde er auch total nett und meinte, ja, ich verstehe deinen Punkt, das tut mir auch leid. Aber, weißt du so, früher musste ich einmal im Monat, jetzt muss ich einmal die Woche, jedes Klettergerüst, jedes Spielutensil auf diesem ganzen Schulkomplex checken, damit sich bloß kein Kind verletzt, sonst bin ich schuld. Ich muss jede automatische Tür, jede Woche checken. Der ist eigentlich nur am Checken den ganzen Tag. Und so ist eigentlich jeder Mensch die ganze Zeit nur am Checken von seinem Leben und denkt maximal 10% auch noch an andere Leben. Und meistens sind es dann nicht die weiter entfernten, sondern vielleicht noch von der Partnerin, Partner, von der Mutter, von der ganz engen Familie, mit der man jeden Tag zu tun hat. Und deswegen ist es, glaube ich, schön, wenn man sich auch die Zeit nimmt hinzuhören. Und schön, wenn man das Gefühl gibt und auch bekommt, da ist jemand interessiert an mir. Und ich glaube, so können auch Freundschaften entstehen und kann Einsamkeit gehen, sozusagen. Und das ist auch ein schöner Reim, um die Folge heute zu beschließen. Genau. Und wenn wir einfach ein bisschen mehr uns in unser Gegenüber denken in gewissen Momenten, um bevor es eskaliert, kurz zu überlegen, hey, vielleicht war dessen Tag, deren Tag, ja genau, scheiße, dann ist, glaube ich, auch sehr viel gegen Mobbing und all das getan. Ja, stimmt. Absolut. Deswegen, passt auf euch auf. Habt zwei wunderschöne Wochen. Ich hoffe, der Sommer kommt noch ein bisschen. Ja. Und wir können ihn genießen mit einer dicken Kugel Eis, wenn sie euch gut tut. Mehr Leben, weniger checken. Genau. Mehr Leben, weniger checken. In diesem Sinne, außer uns, in zwei Wochen wieder hier. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Alles G burdeniert. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020